Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche Zopp-Kanal, zwei weiteren Folgen EA Sports FC. Und ich kann euch eine Sache sagen, Leute, das ist jetzt die dritte Folge, die ich jetzt nach dem Urlaub wieder aufnehme. Und es ist einfach schön, es ist wirklich schön, wieder auch so ein bisschen in dieser Routine zu sein, mit dem ganzen YouTube-Kram und Co. auch immer zu gucken, was machen wir für Studio und Co., OneStream, etc. Aber es macht einfach super, super viel Spaß, das kann ich euch sagen. Und was nicht so spaßig aber war mit Bielefeld, war die letzte Folge teilweise, gegen Wiesbaden wurden wir ganz schön betrogen. Da fehlen uns jetzt zwei Punkte, weswegen wir nur 38 Punkte haben statt 40. Mit 40 Punkten wären wir wieder näher dran an St. Paul, es wären nur fünf Punkte zum Aufstiegsplatz bzw. zum Relegationsplatz. Aber man muss ganz klar sagen, darum sollte man sich erstmal jetzt nicht mehr kümmern. Es geht jetzt ganz klar darum zu sagen, weiterhin jetzt hier stabil bleiben, möglichst vielleicht defensiv nochmal einen Ticken besser stehen und dann kann man eben auch schauen, dass man da eben die Punktenanzahl holt, die man jetzt noch holen kann. Ich denke, dass man vielleicht sogar 50 Punkte am Ende haben kann, das wäre schon richtig stark. Und dann sollte man einen soliden, einstelligen Tabellenplatz haben und dann ist die Saison auch für mich persönlich erfolgreich gewesen hier mit Bielefeld. Für den Vorstand vielleicht nicht, weil die wollen, dass wir im Aufstiegsrennen sind vom Ziel her. Das ist ein bisschen nervig, aber gut, gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen hochkommen oder nicht. Schauen wir mal, wir gehen rein gegen den KSC hier als nächsten Gegner, die super gut in Form eigentlich sind. Zwei Siege, dann drei unentschieden. Also fünf Spiele am Stück ohne Niederlage. Hier haben wir die Aufstellung von Karlsruhe mit Dreves im Tor. Sardella auf rechts, dann Moreno, Beifuß in der Innenverteidigung und Klein-Hansel auf links. Bündnis, Burnic, Magoma, Jensen und Jiménez im Vierermittelfeld. Jiménez hier ein 20-jähriger Spanier, schon richtig gut mit einer 74. Dann Bellini und Diehl ganz vorne im 4-1-2-1-2-System. Bei Bielefeld haben wir Schäfer im Tor. Meier, Schröder, Richter und Schmidt in der Viererkette hier. Tanaka, Rabinger, Schabani im Dreimittelfeld. Rechts Kino und links Haug, der ja zuletzt richtig stark war. Und Moyano ganz vorne im 4-3-3-System. Oh, der Ball jetzt hier, der Schussmüchkön und gleich mal der Treffer. Gleich mal der Treffer. Erste Möglichkeit in dieser Partie und der KSC trifft hier gleich mal. Also das hat nicht allzu lange gedauert, dass wir hier ein Tor erzählen, was für uns natürlich ziemlich bitter ist. Ich sag vorhin noch, ja, vielleicht schaffen wir es, dass unser Abwehr stabiler ein bisschen noch stabiler steht. Und dann kassieren wir als erstes gleich mal einen Gegentreffer. Ja, macht ihn da rein. Es ist hier Magoma mit seinem vierten Treffer in der 24. Partie. 1-0 für den KSC. Und jetzt hier Deal. Vielleicht Superpass, Superpass, Superpass an den Pfosten. Das war der zweite Schuss der Partie. Und der war auch gleich wieder richtig gefährlich. Stark von Schabani, wer sich den Ball da holt. Und jetzt ist hier Platz, weil der Verteidiger mit aufgerückt war. Schabani nutzt den Platz direkt mal. Spielt den da auf Haug. Der gibt den gleich weiter. Moyano. Moyano mit dem hohen Ball. Der ist gut auf Kino und die erste richtige Chance von Arminia Bielefeldt. Ist dann gleich mal ein Treffer. Sehr gut gemacht hier. Und dann ist es Kino, unser finisches Eigengewächs mit dem Treffer. Haug hier auf Moyano. Der mit der Übersicht kriegt den Ball darüber. Kino kann den da auch reinmachen. Da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Also Drewes kann hier natürlich nichts machen. Wirklich überhaupt nichts. Und dann haben wir die Treffer. Maier geht übrigens raus. Dafür kommt Gummi rein. Trauer kommt rein. Für Rabinger. Dafür geht Tanaka jetzt in ZM und Trauer dann in ZDM. Ecke jetzt hier. Tanaka. Die kommt nicht so schlecht. Die kommt nicht so schlecht. Leider kommt aber keiner von uns ran. Gummi. Nochmal auf Tanaka den Ball gespielt. Tanakas Flanke. Die kommt an. Jonsen hat den. Die Frage ist, was macht der draus? Nochmal der hohe Ball. Nochmal reingespielt. Aslani aus der Drehung. Und den macht er rein. Den macht er rein aus der Drehung. 2-1. Aslani hier mit dem Treffer. Ja, ihn gibt es auch noch. Auch wenn der Fokus in den letzten Wochen eher davon auf Moyano lag. Teilweise auch noch auf Tietz. Aber Aslani soll mit Tümern nicht vergessen. Ja, und Drewes ist da natürlich enttäuscht. Hier sehen wir Jonsen. Spielte den da rein. Trauer auf Aslani. Und der aus der Drehung. Und der war super schwer für den Keeper. Weil er sieht den Ball halt nicht. Weil da zwei Spieler vor ihm sind. Er sieht den Ball super spät. Er kann dann entsprechend nicht mehr reagieren. Und dann macht die Nummer 11 bei uns Aslani hier den Treffer in der 80. Minute. Wir haben das Spiel komplett einmal gedreht. Wesley. Ja, der Ball ist gut. Deal. 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 Da ist Schäfer. Das ist... Leute, euer Scheiß. Ernst, Mann. Das gibt es doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Da hauen sie sich das Ding selber rein. Ach, Mann. Der Schuss. Zack. Und dann... Ja. Ja. Dann das. Dann das. Er hält ihn. Er berührt den Ball. Schäfer kommt auch nicht mehr ran. Dann hält Schäfer ihn noch irgendwie ein bisschen auf. Und dann landet der Ball einfach im eigenen Treffer, äh, im eigenen Tor. Richter hier mit dem Eigentor. Jetzt können wir von defensiv auf offensiv gehen. Boah, ist das bitter wie... Also es ist wirklich bitter, wie wir in letzter Zeit nicht gewinnen. Teilweise sind wir klar besser, nutzen die Chancen nicht, treffen dann ganz am Ende den Pfosten. Dann das Spiel gegen Wien Wiesbaden mit dieser Skandalentscheidung. Jetzt hier ein Eigentor. Also... Es ist schon der Wahnsinn, wie wir teilweise einfach die Siege nicht holen. Das Spielende 2-2. Ey, Mann. Ey, Mann, Mann, Mann. Schau. Das ist echt... Das ist echt bescheiden, wie wir die Dinger immer wieder nicht gewinnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Nervige ist nur, dass mein Rating dadurch weiter runtergehen wird wahrscheinlich. Das nervt mich am meisten. Spielzeit von Trauer. Ja, gut, meins ist da nicht ganz so zufrieden. Und meine Leistung wird besprochen. Es ist natürlich auch ein bisschen so... Naja. Bin mal gespannt, ob das Rating noch weiter runter geht. Lionwood für Aslani für nächstes Jahr. Aber erst... Darüber will ich jetzt nicht entscheiden, sage ich euch ehrlich. Das ist mir zu früh. Da muss man gucken, wie es im Sommer überhaupt aussieht. Weil jetzt darüber eine Entscheidung zu treffen, was nächsten Sommer sein soll, keine Ahnung. Athletik Madrid will Schröder auch hier, sage ich ganz klar. Yo, Leute. Das macht jetzt keinen Sinn. Jetzt irgendwelche Laien anzunehmen und Co. Jetzt Spieler zu verkaufen, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann, wenn es... Alter, warum kriegst du so viele... Ist der auf der Leihliste? Warum ist der auf der Transferliste? Von der Transferliste entfernen? Ach, der hat sogar drum gebeten. Ja, aber das müssen wir im Sommer entscheiden, nicht jetzt, Kollege. Das entscheiden wir im Sommer nicht jetzt. Das ist ja maximal nervig. Och, Mager, ich ignoriere das jetzt. Ist mir egal. Kein Bock mehr drauf. 20-Endschild in Berlin. Das wäre sogar eine gute Station grundsätzlich, aber... Ja. Ignorieren wir es erstmal. Also, Jugendbericht. Krüger wird immer besser. Der hat jetzt schon eine 66. Arnold hier immer noch bei einer 64. Beziehungsweise ist jetzt auf einer 64. Hat sich da auch nochmal verwässert. Der wird richtig interessant. Jako. Ja, man muss echt sagen, wir haben einfach super viele geile tangentierte Spieler. Das wird nicht weniger. Hier bei Bielefeld. Und ein Transferwurf wie Schmidt, aber auch hier wie bei allen anderen Spielern. Das lehne ich erstmal alles ab. Da gibt es jetzt keine Verhandlungen. Wir sind Stand jetzt 10. Mit einem Sieg könnten wir 42 Punkte haben. Dann wären wir auf Hannover-Nürnberg-Level. Ist auch ganz okay soweit. Ja, vor allen Dingen der dritte, der holt nicht mal so viele Punkte. Die bleiben auch mehr oder weniger stehen bei 46 Punkten. Das ist halt das Bittere. Ey, Mann. Allein, dass wir in Wiesbaden spielen und gerade hier mit dem Eigentor. Das wären einfach 4 Punkte mehr. Mit 4 Punkten mehr hätten wir jetzt 43 Punkte. Und wären so knapp dran an der Relegation. Aber was sage ich immer. Hätte wäre, wenn bringt halt nichts. Das bringt halt alles nichts. Gehen wir rein gegen Lautern. Wir gucken, was dort gehen. Kaiserslautern zuletzt. Schlecht in Form. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Hier mit der Aufstellung von Arminia Bielefeld mit Schäfer am Tor. Gummi, Lawrence, Richter und Schmidt in der Viererkette. Tanaka, Rabinger und Marien im Dreiermittelfeld. Kino in rechts. Linkshaupt, Mujano ganz vorne im 4-3-3-System. Bei Kaiserslautern haben wir ebenfalls Schäfer im Tor. Touré, Tomiak und Elwedi in der Dreierkette. Opoku, Ritter, Raschel und Redondo im Vierermittelfeld. Bist du im Fünfermittelfeld mit Gürpitz. Aceh und Sikan ganz vorne im 3-4-1-2-System. Gefährliche Freistuchschance jetzt hier für Kaiserslautern. Übrigens ist Schmidt raus, verletzungsbedingt. Dafür ist jetzt Maia drin. Der kann ja auf beiden Seiten spielen. Vorzugsweise meistens auf rechts. Der war nicht so ungefährlich, wenn sie kann. Aber ging dann doch übers Tor. Also Schmidt verletzungsbedingt raus. Dafür Maia, der vorzugsweise auf rechts spielt. Heute auf der linken Seite mit dem Einsatz. Mujano. Mujano, der Ball ist gut auf Haug. Und jetzt hier Haug. Haug mit dem Lupfer. Er kriegt die zwar über den Keeper, aber nicht rein ins Tor. Da hat ein bisschen Kraft gefehlt bei dem Lupfer. Trotzdem keine allzu schlechte Aktion. Gummi. Gummi gibt den ab. Lawrence. Druck aufrechterhalten ist jetzt die Devise bei Bielefeld. Maia gibt den nochmal ab. Tanaka. Spielt den nochmal hoch weiter. Ja, Gummi gleich per Kopf hier. Aber Bielefeld mit Ballkontrolle. Jetzt haben wir hier Marien. Marien löst sich super. Marien hat sich super gelöst. Der Abschluss war dann nicht ganz so gut. Und weiter hier Bielefeld im Ballbesitz. Das machen sie gut. Jetzt hier Marien. Der hohe Ball. Ne, der kommt nicht an. Der kommt leider nicht an. Aus dem ganzen Druck kann hier leider Bielefeld nicht allzu viel machen. Oh, der Einwurf war nicht schlecht von Opoku. Und jetzt hier Aceh. Aceh. Und da macht Schäfer aber die Beine zu. Und jetzt haben wir hier eine Ecke für Kaiserslautern. Der hohe Ball kommt rein. Tanaka. Ne, er kriegt den nicht raus. Das gibt es nicht. Er kriegt den nicht rausgeköpft. Und er steht dann nach 68 Minuten nach dieser Standardsituation 1-0 für Kaiserslautern. Er kriegt den Ball halt nicht rausgeköpft. Schauen wir da gleich nochmal rauf. Hier die Ecke. Er kriegt den nicht richtig weggeköpft. Dann kommt er da halt frei zum Schuss. Sollte so natürlich auch nicht passieren. Aber gut, wenn so ein bisschen Chaos ist, dann kannst du nicht viel machen. Wir haben sogar den Mann am Pfosten dort stehen. Aber der kann den Ball nicht abwehren. Damit macht Touré hier sein erst den Treffer in der Saison. Und natürlich muss er den gegen uns machen. Oh, was ein Pass von Vignato. Was ein Pass von Vignato. Schäfer kam da gut raus. Schäfer kam da sehr gut raus. Und hat uns da gerade gerettet. Tanaka auch nochmal mit dem Fuß dazwischen. Das war auch nicht ganz unwichtig gerade. Aslani. Ja, jetzt gegen alle oder was? Und Aslani, setz dich da einfach durch. Mach das stark. Will zeigen, was für ein wichtiger Joker er wieder sein kann. Aslani. Aslani. Wow. Wohin? Wohin, Aslani? Wohin mit dem Ball? Das könnte jetzt der Tod sein. Raschel. Raschel. Stoppt er gut ab. Der Schuss Lawrence dazwischen. Dann der Kopfball aber drüber. Spiel ist rum. Spiel ist rum. Wir verlieren gegen Kaiserslautern. Ja, jetzt lassen die Ergebnisse nach und nach leider zu wünschen übrig. Vielleicht fehlt jetzt eben doch mal hier der geniale Moment von einem Kratemacher, von einem O beispielsweise. Da fehlt es dann vielleicht ein bisschen an Durchschlagskraft. Schade. Vor allem, weil Darmstadt wieder nicht gewonnen hat. Also das ist ein Schneckenrennen da oben. Naja. Fünf Tage fällt Schmidt nur aus. Das ist schon mal positiv, dass es jetzt nichts langfristiges ist. Wir gehen erstmal weiter vor. Forderung von Aslani. Ja, aber ich habe keine Lust, ihn jetzt auszuleihen. Das macht ja jetzt keinen Sinn, sich jetzt Angebote anzugucken. Nächsten Sommer. Ich weiß ja noch nicht mal, wie die Situation ist. Was aber kritisch ist, ist gerade unser Rating. Das ist halt so schwachsinnig eigentlich, muss man sagen. Dass nach vier Jahren, nach kontinuierlichem Bergauf gehen, dass das Rating jetzt so schlecht ist. Aber das ist halt leider so oft in diesem Spiel. Wir können mal gucken, was es für die Jobs für uns geben würde, wenn das hier irgendwie schief geht. Ja, Notts County beispielsweise. Okay, da gibt es nicht so viel. Oh, das wäre eh klapp, wenn die Karriere so endet. Ah, nervt mal nicht, ey. Wir sollten auf jeden Fall gewinnen jetzt, um auch unser Rating nochmal ein bisschen zu beschützen. Komm, mit einem Sieg würde man fast bei Nürnberg landen. Ich meine, wenn wir am Ende Sechster sind, müsste das doch eigentlich das Ziel erreicht haben, um ein Aufstiegsrennen mitkämpfen. Ich meine, so weit weg sind wir ja gar nicht, komm. Naja, gehen wir rein gegen Rostock. Es geht jetzt mehr oder weniger jedes Spiel um, ja, um meinen Job. Rostock nicht so schlecht in Form. Zwei Unentschieden, zwei Siege, eine Niederlage lediglich in den letzten Spielen vom Letz platziert in der zweiten Liga. Hier haben wir die Ausschirm von Hansa Rostock mit Parra im Tor. Enkoa, Caldara und Jan in der Dreikette. Rakowski aufs Rechts, Dresse, Vassiliadis im Zentrum, Völing links und Gomez im ZOM. Mayenda und Bakari ganz vorne im 3, äh, beziehungsweise Bukari, 3-4-1-2-System. Bei Bielefeld haben wir Schäfer im Tor, Gumni, Lorenz, Richter und Schmidt in der Viererkette. Tanaka, Rabinger und Marien im Dreiermittelfeld. Kino in Rechts, Linkshaug und Tietz ganz vorne im 4-3-3-System. Stark, Gomez, Gomez, Gomez und Richter wirft sich da rein. Stark von Richter. Haug, super wie er den weitergibt. Tietz. Tietz auch mit der Hacke auf Haug, stark. Haug jetzt hier. Haug. Na, Parra hat den. Der Abschluss bei Bielefeld nicht optimal. Tanaka. Spielt einen super Ball hier auf Haug. Der mit der Hacke weiter super gespielt. Tietz. Tietz. Tietz macht ihn rein. Bielefeld spielt sich hier in einen schönen Angriff heraus und können sich auch belohnen. Es ist hier Tietz, der Mann, der im Winter kam. Die Nummer 9, der O-Ersatz. Macht hier den Treffer. Sehr schön. Hier sehen wir auch Haug direkt mit der Hacke weiter. Auch der nächste Pass kommt dann gut an. Und Tietz nutzt diesmal seine Chance hier. Viel, viel bessere Abschlüsse als vorhin, wo er zentral nur den Keeper getroffen hat. Es ist übrigens der erste Treffer von Tietz in sieben Partien. Der allererste Treffer von unserem Neuzugang. Ich meine, ja, manchmal braucht es halt einfach, bis ein Stürmer ankommt. Das ist klar. Ich habe es ja eh gesagt. O und Kratemacher sind nicht 1 zu 1 zu ersetzen. Genauso wie Yannick Fuchs. Aber immerhin schön, dass jetzt Tietz vielleicht anfängt zu treffen. Es wäre gut, wenn das ein bisschen regelmäßiger passieren würde. Lawrence. Ganz rigoros dort. Richter wird hier unter Druck gesetzt. Krasses Pressing hier. Von Rostock. Aber das war nicht erfolgreich. Stattdessen hat hier jetzt. Arminia Bielefeldt, sehr viel Platz. Gerade dieser Mann hier, Haug. Und das ist immer gefällig, wenn der viel Platz hat. Der passt jetzt hier auf Tietz. 1 gegen 1 setzt er sich da durch. Oh, wird da gehalten, meiner Meinung nach. Wird da meiner Meinung nach gehalten. Aber der Referee sanktioniert das leider nicht. Oh, was ein Antritt. Was ein Antritt. Rakowski. Rakowski zeigt, was er kann. Was für eine Geschwindigkeit er vor allen Dingen hat. Und jetzt Rakowski. Der Ball. Oh, Schäfer. Was macht Schäfer da? Was macht Schäfer da? Der Ball ist drinnen. Ey, das Team will auch nicht, dass wir gewinnen. Kann das sein? Also die letzte Zeit ist wirklich so das Eigentore. Komische Entscheidungen. Jetzt so ein Fail vom Keeper. Was ist da los? Also was ist da bitte los? Schäfer, Mann. Was ist das? Was ist das bitte von Schäfer hier? Mayenda hier mit dem Treffer. Bielefeld macht sich das Leben. Ja, selber extrem schwer leider. Lawrence. Geht da rigoros in den Zweikampf. Und Kino, dann schickt er jetzt mal Tietz. Und wenn Tietz die Übersicht hat, dann findet er da nämlich Haug. Macht das super. Haug jetzt hier. Und Haug spielt den rüber. Da ist Tietz und er macht ihn rein. Doppelpack. Wenn es schon klappt, dann auch doppelt aber hier auch. Dann auch gleich doppelt. Macht hier seinen zweiten Treffer für Bielefeld. Gleich mal einen Doppelpack. Tietz hier die Nummer 9. Bringt hier Arminio Bielefeld wieder in Führung. Gegen den letzten sollten wir auch gewinnen. Auch wenn sie gut in Form sind. Haug spielt den darüber, nachdem er den Ball von Tietz bekam. Der macht ihn dann mit dem Kopf rein. 2-1. Für uns haben wir wieder das Ergebnis repariert. Rostock wird natürlich drum fighten, hier irgendwie mindestens einen Punkt mitzunehmen. Tietz. Was für ein Einsatz. Also der stimmt bei dem Stürmer auf jeden Fall auch. Schabani. Tietz hält den. Tietz spielt den gut auf Jonsson. Und jetzt ist Jonsson hier. Jonsson spielt den in den Rückraum. Super gespielt. Kino nen. Auch nochmal mit der Hacke. Schabani. Tietz. Auf Jonsson. Jonsson hat den jetzt hier. Jonsson spielt den nochmal ab. Rabinger. Was für eine Idee hat der. Der spielt den ab. Dann der Schuss von Schabani ist halt Müll. Jetzt hier Dresden. Die versuchen sich zu lösen. Der Ball. Und der kommt da durch, oder was? Der kommt da durch. Aber, ne, ne, ne. Das ist kein Elfmeter. Ne, das ist kein Elfmeter. Den wollte er unbedingt haben. Aber das ist kein Elfmeter. Boah, sich gar nicht beschweren. Kino nen, komm. Kino nen jetzt hier. Tietz im richtigen Moment angespielt. Das ist kein Absatz. Das ist kein Absatz. Tietz jetzt hier. Tietz mit dem Hattrick. Tietz mit dem Hattrick. Minute. Das Spiel ist entschieden. Durch drei Tore von Tietz hier. Sehr nice. Rostock spekuliert auf den Elfmeter. Das war aber definitiv keiner. Das war alles sauber. Der direkte Kontakt. Kino nen spielt den Ball auf Tietz. Und er macht den Treffer hier. Drei Tore. Endlich hat er mal überhaupt getroffen. Und dann macht er gleich drei rein. Kann ich gut mit leben. Macht den hier rein. Zack. Keine Chance, wie Parra, den Ball noch irgendwie zu halten. Der dreifache Tietz heute. Minute 23, 62 und 90. Spiel ist entschieden. Höchstwahrscheinlich. Würde mich schon sehr wundern, wenn da noch was passiert. Auf jeden Fall nehmen wir endlich mal drei Punkte mit. Obwohl Schäfer es auch schon wieder schwer für uns gemacht hatte mit seinem Fail dort. Ja, Rostock, die versuchen es nochmal. Rostock versucht es nochmal. Schäfer pariert. Kann es eigentlich abpfeifen. Aber gut. Sie kriegen nochmal eine weitere Ecke. Der hohe Ball rein. Jonsson klatscht das Ding weg. Und Ref kann jetzt abpfeifen. Macht da auch drei Einzig. Sehr schön. Immerhin ein Dreier. Jeder Dreier ist jetzt sehr, sehr wichtig. Weil jeder Einzelne davon kann jetzt meinen Job retten. Ich würde gerne weitermachen mit Arminia Bielefeld. Ich habe überhaupt keinen Bock auf eine neue Karriere. Also keinen Bock nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich habe dann keinen Bock mehr auf EA Sports FC. Aber ich will gerne weitermachen. Ich will noch in die 5. Saison mit Arminia. Weil das ist gerade eine spannende Situation, die wir haben. Aber gut. Wir müssen halt gucken, wie das Rating ist. Ja, nein. Viele Dings interessiert mich gerade nicht. Und Bondo ist bald wieder da. Bondo ist bald wieder da. Wir gucken gleich immer auf die Tabelle. Wie Maya Transferangebote interessieren mich gerade nicht. Mal ganz klar so sagen. Ja, wir sind 10. Okay, wir sind 10. Ja, wir sind schon weiter weg von Darmstadt. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber come on. So viel sollte man da jetzt auch nicht meckern. Ich meine, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, dann wären wir auch auf Platz 4 aktuell. Ich meine, das sind die 4 Punkte. Ey, wir hätten 46 Punkte, dass wir in Wiesbaden spielen und das andere Game da. Das wären die 4 Punkte gewesen. Aber gut. Es bleibt natürlich beim Hätte-Wäre, wenn ich wiederhole mich da. Ja, Bondo ist auch wieder bald weg. Das ist schön. Damit dürfen wir auch eigentlich keinen Verletzten mehr haben, oder? Übrigens auch hier die Leihspieler. Kerskin plus 3. Niesen plus 1. Na gut, Trauer haben wir geliehen. Marien ist auch plus 1. Lorenz ist plus 3 gegangen. Also auch hier ein Eigengewächs, dass 2,27 zurückkehren wird. Und gut, Mojano. Aber wir haben keinen verletzten Spieler mehr. Das ist schön. Niemand mehr der verletzt ist. Das heißt, in den letzten 5 Spielen können wir auf die komplette Mannschaft zurückgreifen. Das ist sehr geil. Gerade auch, dass Bondo zurück ist. Ich meine, der kann im rechten Mittelfeld spielen. Der kann auf der rechten Verteilreposition spielen. Der kann da alles bekleiden. Na gut, Leute. Wer ist euer Spieler der Folge? Gerne mal unten in die Kommentare ballern. Euer VelociMate. Sich fürs Erste ab und bye, bye.